Herzlich willkommen auf den 2Linux-Kanal. Wir sind hier heute zu zweit vor Ort, nämlich Mascha und ich, und machen so ein kleines Couple-Q&A. Ich bin Kevin Gebhardt, 30 Jahre alt, Profibodybuilder in der offenen Klasse. Ich bin auch Profiathletin, aber beim Elite-Profi, also IFPP Elite Probe, ist das genau. Wir beantworten jetzt gleich ein paar Fragen, die uns gestellt werden über unser Bodybuilding, wie das so ist als Pärchen, genau. Und da werden wir mal ganz ehrlich antworten. Weil wir nichts Besseres können. Du machst das ja schon viel länger als ich. Ich warte schon sehr lange. Ich würde es eigentlich sagen, man kann nicht von Grund auf sagen, dass es direkt von Anfang an bei Hardcore-Bodybuilding war. Letztendlich habe ich angefangen zu trainieren vor ungefähr 16 Jahren, also mit 14 schon. Einfach ganz normal, wahrscheinlich wie es jeder kennt, ein bisschen Fitness, man geht so mit seinen Schulkollegen ins Studio und so weiter. Ich bin dann letztendlich der Einzige gewesen, der, sag ich mal, dort hängen geblieben ist bei dem Sport und weiter durchgezogen hat. Und so hat sich das dann entwickelt, bis ich dann so nach vier, fünf Jahren gemerkt habe, oder nach drei, vier Jahren besser gesagt, so mit 17, 18. Irgendwie sehe ich so besser, also jetzt nicht, um arrogant zu wirken, irgendwie sehe ich von der Form her oder von dem Muskulär ein bisschen weiterentwickelt als die meisten in meinem Alter. Und so habe ich dann auch meinen ersten Coach kennengelernt im Studio. Dann ging es quasi 2010 direkt in die erste Wettkampfvorarbeitung ein und habe dann mit 18 meine ersten Wettkämpfe bestritten. Und von da an wurde es halt immer extremer, kann man sagen. Also es war nicht, wie gesagt, mit 14 Mal geht es ins Studio und macht Hardcore-Bodybuilding. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Man hat es ja immer natürlich Gas geben, Vollgas, man entwickelt sich auch weiter dann dazu. Aber Hardcore-Bodybuilding würde ich es nennen, dann wirklich so ab den Alter von 18, 19, 20, wo ich gesagt habe, ey, jetzt sind alle Register so gezogen, Training auf 100%, Essen auf 100%, Regeneration auf 100%. Und das ist wirklich dann so mit der ersten Wettkampfvorbereitung gekommen, wo ich dann gesagt habe, ey, jetzt muss alles auf 100% sein. Es ist nicht so, dass ich jetzt davor nicht darauf geachtet habe, aber wie gesagt, man wächst da auch so ein bisschen rein. Es ist nicht von heute auf morgen, wo man dann Schnipsen macht und ey, man ist jetzt Hardcore-Bodybuilder. So was entwickelt sich auch ein bisschen mit der Zeit. Das heißt, von Jahr zu Jahr wurde es dann natürlich extremer. Mal als Beispiel, ich habe, glaube ich, mit 60 Kilo im Fitnessstudio angefangen und hatte dann zwei Jahre später auch schon um die 80, 90 Kilo. Also ging relativ zügig. Genauso mit 70, so um die 80 Kilo. Und wie gesagt, auf den ersten Wettkampf waren es dann so Wettkampfgewicht auch Anfang 80, mit 18 Jahren. Ja, und heute sind es dann beim letzten Wettkampf 113. Also wie gesagt, so was baut sich wirklich über die Jahre auf. Das ist jetzt, kann man sagen, zwölf Jahre Wettkampf-Bodybuilding, genau. Und ja, aber das ist natürlich Hardcore-Bodybuilding. Und warum letztendlich? Letztendlich, es erfüllt mich, es erfüllt mich. Es ist meine Leidenschaft, meine Passion. Und ich habe einfach Bock, das zu machen, das jeden Tag zu leben. Es ist ja auch mein Job letztendlich. Andere gehen raus, müssen auf der Baustelle arbeiten, sage ich mal und so weiter. Ich stehe morgens auf, mache mein Kardiotraining, bereite meine Mahlzeiten vor. Klar, ich habe auch noch meinen Job mit dem Coaching und so weiter, was alles dazu gehört. Aber letztendlich ist auch Bodybuilding mein Job. Und das ist das, was mich erfüllt, warum ich es auch mache. Ist ja auch ein bisschen unser Luxus, sozusagen, dass wir das machen können. Wir haben uns ja eigentlich auch kennengelernt, während du gestartet bist. Werd warst du vielleicht 22, 21, wie du Deutscher Meister geworden bist? Da haben wir uns das erste Mal gesehen gehabt auf den Wettkämpfen. Da bist du noch bei mir im Verband gestartet. Ja, Anfang. Auf der Deutschen Meisterschaft irgendwann, Anfang 20 war das, ne? Da haben wir uns das erste Mal gesehen gehabt, da wusste man immer, es gibt einen. Dann habe ich irgendwann, 2019, habe ich die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Und da hast du mir das erste Mal ordentlich Hallo gesagt, sozusagen. Und dann kam so ein bisschen die Interesse auch von mir, gell? Ja. Ja. Ich habe angefangen mit Bodybuilding relativ spät, mit 29 erst. Also ich komme aus einer Sportlerfamilie. Ich habe schon immer Leistungssport gemacht, ob das jetzt Leistungstouren war oder Leichtathletik. Und war dann eigentlich schon immer für mein ganzes Leben lang auch so ein bisschen Pferdemädchen. Ich hatte, bevor ich wirklich angefangen habe, dann auch mit Bodybuilding, hatte ich ein Pferd und habe mich darum gekümmert, ist dann leider verstorben. Und dann habe ich mich, dadurch, dass ich Physiotherapie, die Ausbildung dazu gemacht habe, mich natürlich auch mehr mit dem Körper beschäftigt. Und bin natürlich auch ins Fitnessstudio gegangen. Und ja, da habe ich eigentlich immer auch mit Bodybuildern zusammen trainiert. Also ich war immer sehr leistungsorientiert und habe dann so drei Jahre lang trainiert gehabt. Und dann 2019 bin ich praktisch das erste Mal auf die Bühne gegangen. Und ja, war sofort total erfolgreich. Ich habe alles gewonnen. Und dann war irgendwie klar, boah, das ist das, was ich wirklich gut kann. Also du hast ja auch damals alles gewonnen gehabt. Also da ist man dann so, man weiß dann einfach, das ist etwas, was man richtig gut kann. Zumindest schiebt einen das noch mehr an, um weiterzumachen. Ja, genau. Und du denkst, du beginnst alles gewinnst, deine Wettkämpfe, national zumindest weit. Ja, und dann hatte ich ja auch danach der internationale Saison. Jetzt letztes Jahr zum Beispiel bin ich Europameisterin geworden, habe bei den Amateuren auch jeden Wettkampf gewonnen und habe dann natürlich auch meine Profilizenz bekommen und habe letztes Jahr dann auch meine Profi-Wettkämpfe gemacht, habe da auch schon einen Wettkampf gewonnen. Und das ist natürlich etwas, was einen noch mehr antreibt dazu, noch besser zu werden, noch öfters zu gewinnen und weiterzumachen. Das genau kennengelernt haben wir uns dann sozusagen das erste Mal gesehen. Auf Wettkämpfen. Auf Wettkämpfen, da waren wir beide noch mit anderen Menschen liiert. Aber so ganz normal hat Halle ein Schiff gesagt. Man kannte sich auch, also ich denke, dass jeder, der ein bisschen den Sport gemacht hat, Kevin Gebhardt kannte. Und man kriegt auch mit, wer deutsche Meisterin wird. Und dann hattest du mir bei meinen deutschen Meistern Hallo gesagt. Und sagst du, wie ging es denn weiter? Dann haben wir uns getroffen. Nee, Leute, du hast den Anfang vergessen. Wie ist es dazu gekommen? Die haben wir über Instagram geschrieben. Ja, ja, dann haben wir darüber geschrieben. Dann hast du meine Nummer klar gemacht. Dann hast du gesagt, komm mal auf einen Kaffee vorbei. Da habe ich gesagt, bist du das Wahnsinn. Ich war noch nicht drei Stunden, um einen Kaffee zu trinken. Und das hat er dann nochmal gemacht und nochmal. Und dann bin ich gefahren gekommen, gell? Ja. Und das war ganz gut. Ich hatte eine Freundin, die bei ihm um die Ecke wohnt. Und da habe ich gedacht, wenn es ganz schief läuft, fahre ich einfach zu meiner Freundin. Und dann bin ich nie wieder gegangen tatsächlich, gell? Warum eigentlich nicht, Kevin? Ja, es war so. Ehrlich gesagt, mal mehr, mal weniger. Also wirklich beeinflussen in der Hinsicht nicht. Weil letztendlich ist es bei beiden bei uns der Hauptjob mehr oder weniger. Oder der Job zumindest. Hauptjob ist ja das Coaching. Weil letztendlich, wir trainieren beide, wir essen beide. Es ist einfach Normalität geworden, kann man sagen. Deswegen beeinflusst es das nicht wirklich. Für den Außenstehenden wäre das natürlich krass. Wenn die Leute sagen, du isst sechsmal am Tag, siebenmal am Tag. Und mir ist fünf, sechsmal die Woche und so weiter. Das ist für uns einfach normal. Für mich ist es halt normal, dass du das machst. Ja, eben. Also das ist für uns. Das heißt, beeinflussen, ich glaube, bei uns ist es so, wenn ich jetzt mehr auf die Wettkämpfe zugehe und ich wirklich mich anstrengen muss, dass ich in vorn komme, dann bin ich vielleicht mal ein bisschen anstrengender. Und bei dir ist es so, dass du eher, wenn du richtig schwer bist in der Off-Season und du richtig das Essen reinprügeln musst, dass du eher ein bisschen, was heißt anstrengend, aber für dich anstrengender auch ist. Und wenn du halt auf Diät bist, dann wird es für dich ja immer angenehmer. Für mich ja, in dem Fall, ja. Ja, weil du halt leichter bist, ne? Aber das ist ja nichts, was du so wirklich beeinflusst auch. Nee, beeinflussen. Ich glaube aber eher ins Positive gesehen, dass du bist ja auch mein Ansporn. Also wenn ich mal denke, boah, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, dann sagt der Kind dann so, was sagst du immer? Ja, faul sein kann jeder. Oder stell dich nicht so an. Wenn ich sage, ich habe Hunger, dann sagt er so, ja, das ist auch noch ein Gefühl. Da will ich anfangen, als wir zusammengekommen sind. Ich war so, ich bin ein Christel-Therakotin und ich bin, was das Gesundheitliche angeht, sehr, sehr penibel gewesen bei dir auch. Ich glaube, dadurch bist du, du bist ja eh jemand, der immer sein Blutbild macht, der immer sein Herz auf Dicke checken lässt, der, was machst du, Leber, Niere, alles lässt du ja immer untersuchen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir zusammengekommen sind, bist du noch mehr dahin, in diese Richtung gegangen auch. Auch mit Osteopathie, Heilpraktiker und alles. Also ich glaube, wenn ich nicht wüsste, dass er so viel sich um seine Gesundheit kümmert, hätte man ein Problem. Aber dadurch, dass du dich halt wirklich immer kümmerst, immer tust und machst, dir auch Auszeiten gönnst, dass ja auch viele auf deinem Niveau nicht machen. Ja, das stimmt. Ne? Ist das für mich vollkommen in Ordnung, vielleicht auch nur, dass er auf sich aufpasst. Ja. Ja. Das ist halt ein schwieriges Thema vor allen Dingen. Weil wie gesagt, das ist kein Gesundheitssport, das ist hardcore Bodybuilding. Man muss auch nicht schön reden. Klar, die ganzen Steckups und so, die gehören für mich dazu, die Routineuntersuchung. Das heißt, wir reden hier nicht nur von regelmäßigen Blutbildern, wir reden hier von mindestens eins noch mal im Jahr eine EKG zu machen beim Kardiologen. Ultraschall von Leber, Niere und so weiter. Was hatte ich noch gemacht? Von Schildkuss und so was. Auch altes Ultraschall auch mal abchecken lassen. Magen- und Darmspiegel und so was. Natürlich gerade mit meiner Magengeschichte, wo ich da oftmals schon eine Problematik hatte mit Magenentzündungen und so weiter. So was, das ich eh regelmäßig mache. Also auch, wenn da alles gut ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist hardcore Bodybuilding. Und das ist wie, sag ich mal, wenn du beim Autorennen, das ist, sag ich mal, Formel 1, du hast dein Auto trotzdem in die Inspektion geschickt und so weiter, alles abchecken lassen. Es kann immer was passieren letztendlich. Also auch, wenn du dann, sag ich mal, mit 300 Kammer auf der Rennstrecke fährst, das ist genau so zum Bodybuilding. Dein Auto kann tip-top sein, alles geprüft worden vorher. Und es kann trotzdem, sag ich mal, einen Knall geben oder sonst was. Wie gesagt. Wir wissen aber auch durch Schicksalsschläge der Familie oder Freunde und Bekannte, dass es auch so, ohne dass du irgendwas machst, auch ganz schnell verweifeln kann. Nee, das ist sowieso. Aber wie gesagt, es ist halt immer ein gewisses Risiko dabei, auch wenn vorher alles abgesteckt ist. Da muss man sich schon klarer sein, definitiv. Und als Frau ist halt einfach auch wichtig, dass man schaut, dass das Hormonsystem einfach auch bei der Stange bleibt. Und dann ist es halt einfach super wichtig, dass man nach den Wettkämpfen dafür sorgt, dass man alles für die Gesundheit tut. Also ich schaue auch, dass ich meine Blutbilder mache vor den Wettkämpfen, während den Wettkämpfen nochmal. Und dann auch, wenn ich wieder draußen bin, um zu schauen, was für Mängel ich habe, was ich machen muss. Und da sind natürlich die Supplemente in der A und O. Und das, was man isst, muss wirklich qualitativ hochwertig sein. Es ist super wichtig, dass man gesunde Lebensmittel isst. Nicht irgendwelche Fertigsachen, sondern gesunde Fette, Kartoffeln, Hähnchen, Gemüse. Aber es sind nicht verarbeitete Lebensmittel. Nicht verarbeitete Lebensmittel, dass da wirklich Nährstoffe ankommen können. Ja. Das ist einfach ultra, ultra wichtig und dass man Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel lässt. Ob verbringen, ich weiß nicht, wie man das wirklich so sagen kann. Es ist natürlich anstrengend, wenn man, also ich bin jetzt das zweite Jahr durchgehend irgendwie auf PrEP. Ich habe mal zwischendurch nur einen Monat oder zweimal Pause gemacht. Dass wenn man zu Hause sitzt mit der Familie und die Mutter hat gekocht und man kann nicht mit essen. Das ist ein Opfer, das man bringt. Es ist aber für mich jetzt nicht so, dass ich darunter leine, sondern für mich ist das in Ordnung. Aber das sind, man kann das auch sagen, man isoliert sich so ein bisschen aus so gesellschaftlichen Familienessen oder so was. Also ich bin dann auch immer dabei, aber ich esse halt nicht mit. Und das ist natürlich dann für die Angehörigen nicht dasselbe. Wobei ich sagen muss, dass meine Angehörigen da wirklich locker drauf sind. Opfer auch bringen, eventuell, dass man, also ich muss sagen, dass ich, wenn ich jetzt so, jetzt geht es gerade, aber ich habe auch mal eine Phase, wo ich ein bisschen schlappi bin, dass man mit mir halt auch mal nicht so viel anfangen kann. Ich bin da nicht das blühende Leben. Du hast natürlich da das größte Verständnis für, du sagst da nie irgendwas. aber man muss sich seine Kräfte dann einfach ein bisschen sinnvoll einteilen. Und für mich ist es dann halt am wichtigsten, dass der Kevin an erster Stelle steht, mein Hund an erster Stelle steht, meine Eltern, meine Brüder. Ja, und dann muss halt eine Freundin auch mal verstehen, dass man halt mal keine Zeit hat oder nicht keine Zeit, sondern halt keine Kraft hat und man so ein bisschen kleinere Sachen halt einfach nur machen möchte oder auch mal Ruhe braucht. Also Opfer bringen, genau, das ist ein Punkt mit dem Essen, aber das ist nicht wirklich Opfer bringen. Letztendlich muss man vielleicht auch so ein bisschen Akzeptanz und Toleranz von der Familie und von den Freunden haben. Wenn das nicht passt, dann würde ich sagen, klar, da gibt es halt immer wieder Schwierigkeiten, auch mit den, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn es sechs, siebenmal am Tag geessen wird oder selbst wenn es so fünfmal ist, fünf, sechsmal die Woche trainieren und so weiter. Das muss halt schon vom Umfeld irgendwo toleriert werden. Man muss ja nicht sagen, wow, du machst das so toll und das ist klasse. Zumindest, wie gesagt, ein bisschen Toleranz da ist. Ansonsten trennen sich halt gewisse Wege einfach, so ist das im Leben dann. Aber es kann ja auch so laufen, wie zum Beispiel jetzt, wenn du zu mir in die Familie kommst, dass meine Mama sagt, ey, Kevin, was möchtest du essen? Soll ich dir was vorbereiten oder brauchst du irgendwas? Deswegen, genau. Also die haben ja zum Beispiel, meine Familie hat ultra viel Toleranz für unseren Sport und die sind, glaube ich, auch unsere größten Fans. Auch deine Familie, ne? Ja. Und für uns ist es nicht selbstverständlich. Das ist halt schon Unterstützung, das ist ja nicht nur Toleranz, sondern wie gesagt, wenn man einem schon das Essen gemacht bekommt, man sagt, hey, man braucht 200 Gramm Hähnchen und 100 Gramm Reis und die anderen sagen, wir essen jetzt ihr Schweinesteak oder sowas dazu und man kriegt dann seine perfekte Mahlzeit, der Vorhochkoch, das hat ja dann wirklich schon was mit richtig Unterstützung zu tun. Ja, wenn Mama anruft und fragt, hey, sollen wir den Wurst für dich ausholen, ne? Das ist halt, wie gesagt, das ist auch nicht normal. Das darf man natürlich auch nicht erwarten, letztendlich. Sowas erwarte ich auch nicht. Ich finde das natürlich mega cool, wenn sowas passiert, aber das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, ne? Ich hätte dann genauso auch mein eigenes Essen mitgebracht, wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Ja. Das wären dann halt Opfer, die man bringen würde, wie gesagt, dass man gewisse Sachen halt, ja, nicht mitmachen kann, sag ich mal, ne? Ich finde, ich bringe Opfer, wenn ich mit denen ins Kino gehe und höre dich 40 Minuten an Popcorn essen. Das ist ein Riesenopfer. Das ist Trauer. Das ist einfach pure Trauer. Total. Also viele denken, dass es nur das gibt zum Beispiel in meinem Leben und ich mache nichts anderes. Aber bei mir ist zum Beispiel so, dass dieser Wettkampfvorbereitung und Bodybuilding muss eigentlich nebenher laufen. Also das ist so, ich liebe das, meine absolute Leidenschaft, aber es muss nebenher laufen und man darf nicht den ganzen Tag, vor allem in der Wettkampfvorbereitung und danach denken so, was esse ich gleich, was mache ich gleich und das ganze Leben danach planen, jede Minute nach dem Essen planen, sondern man muss das so ein bisschen hintranstellen. Und für mich ist zum Beispiel halt, wie ich gesagt habe, für mich, ich bin absoluter Familienmensch, mir ist es am wichtigsten wirklich, dass meiner Familie gut geht, dass meine Beziehung gut läuft oder dass, wenn sie aber nicht so gut läuft, dass man sich darum kümmert, dass sie wieder besser läuft, dass es meinem Hund gut geht und dass ich meinen Freunden gerecht werde. Vorher hatte ich schon des Öfteren, gerade in der Berufsschulzeit, wo man dann von den Außenstehenden bekommt, vor allen Dingen in der Berufsschulzeit so um das Jahr 2010, ich glaube, da gab es dann nicht mal das Instagram oder sowas, da war natürlich auch noch kein Social Media Hype und so weiter, wo sowas jetzt extrem rumgeht und veröffentlicht wurde wie jetzt. Ich glaube, damals gab es halt YouTube und glaube ich gerade Facebook auch. Da war das auch noch nicht, ich soll mal sagen, so populär wie heute, gerade mit der ganzen Fitnessszene und als ich dann natürlich mit 18 dann schon so, weiß nicht, meine 100 Kilo hatte, das war dann natürlich, dann gab es viele Vorurteile in jederlei Hinsicht. Das fing beim Essen an und so weiter. Oder so nach dem Motto, die Leute in der Berufsschul, die holen sich dann in der Cafeteria ihre Brötchen und ich packe da meine Troubadose aus und habe da, weiß nicht, ich trug zwischen Reis drin oder Hähnchen und Reis, was auch immer. Da fängt das Ganze dann natürlich an und dann musst du das essen. Das war bei mir, war das auch so, ne, am Anfang? Muss ich das essen? Nein, ich will das essen. Das ist halt der Punkt, wie gesagt, das sind so diese typischen Vorurteile, aber auf jeden Fall, zumindest sind das Missverständnisse oder die haben kein Verständnis dafür. Das gibt es auf jeden Fall, dass man auch immer wieder solche Leute oder solche Menschen im Leben begegnen. Man kann es ja auch nicht jedem recht machen und das muss man ja auch gar nicht. Aber wir haben auch schon bei Instagram und da sonst haben wir auch schon mal richtig Beleidigungen auch gehört, weiß ich noch. Ja, das ist halt. Ja, aber das finde ich auch so. Ich belächle sowas halt einfach. Genau, du belächelst, du belächelst sowas nicht. Natürlich, sowas ist dann. Ja, also Thema Naturalbodybuilding. Ich weiß gar nicht, warum das heutzutage so extrem differenziert wird, dass man überhaupt dieses Naturalen davor erwähnt, weil letztendlich ist Bodybuilding Bodybuilding, jeder macht das auf seine Art, ob man jetzt nachhilft oder nicht. Trotzdem misst man da seine Mahlzeiten, sag ich mal, achtet auf seine Erinnerationen, indem man vernünftigen Schlaf hat und geht vier bis sechs Mal die Woche trainieren in der Regel. Deswegen verstehe ich da diese Diskussion überhaupt nicht. Und natürlich ist das richtiges Bodybuilding. Dass du jetzt sagen, dass es kein richtiges Bodybuilding wäre, dann hätte ich ja gefühlt die ersten fünf, sechs Jahre, als ich trainiert habe, kein richtiges Bodybuilding gemacht. Und das ist Käse. Und ich würde nur Fitness erholen. Ja, und ein bestes Beispiel ist auch mein Bruder, der ist Naturalbodybuilder, ist jetzt auch schon seit zwölf, dreizehn Jahren trainieren, ist 28 und der sieht extrem brutal aus als viele, viele Stoffe, wirklich in den Studios. Muss man einfach so sagen, hat auch mehr Muskelmasse und so weiter. Also es geht einiges Natural, da wundern sich viele immer. Deswegen gibt es da für mich überhaupt gar keine Debatte, ob ein Naturalbodybuilding richtiges Bodybuilding wäre, auf jeden Fall zu 100%. Und ich finde, das ist eine gute Sache, dass man das Ganze dann durchzieht und auch nicht unterstützen möchte, weil das ist jedem selbst zu überlassen und sollte auch jeder selber entscheiden können und sollte sich da niemals reinreden lassen von außen stehen. Du hast ja auch total viele Leute über der GenBF und sowas starten. Ja, eben, deswegen. Also da mag ich auch wie gesagt, kein Unterschied, dass ich die jetzt anders behandle. Das Essen muss weiter durchgezogen werden, das Training sowieso. Jeder muss konsequent und diszipliniert sein, ob natural oder nicht. Und eine Bikiniathletin ist ja auch eine Bodybuilderin. Ja. Aber selbst da wird natürlich schon nachgeholfen, logisch. Natürlich wird da auch nachgeholfen, aber es gibt ja auch sehr viele, die das nicht machen oder auch in der Figurklasse noch. Absolute. Wo, die machen ja trotzdem Bodybuilding, nur weil sie nichts supplementieren, heißt das nicht, dass sie keine sind. Punkt. Kurz vor dem Wettkampf, bei uns, ehrlich gesagt, gar nicht. Also will ich jetzt nur behaupten, es ist wirklich alles ziemlich gleich. Ich kann es aber verstehen, wenn das bei vielen Leuten anders ist, wenn die gerade Extrem nicht essen müssen und so weiter und die dann einfach lustlos sind, keine Libido haben. Das ist wirklich unterschiedlich letztendlich. Es ist auch so ein bisschen genetisch bringt einfach. Es gibt einfach Leute, die mehr los haben, weniger und auch, denke ich, viel Kopfsache. Wenn man sich da mal einredet, ich bin so schlapp, ich bin so gut. Genau. Dann hat man natürlich auch, wie gesagt, auf guter Gesang, keinen Bock auf Sex. Dann macht man gefühlt mir ja gar nichts mehr. Bei mir ist halt das Ding, ich habe auch kurz vor dem Wettkampf nicht wenig Essen. Als Beispiel, ich habe immer noch zwischen 3.000 und 4.000 Kalorien in der Regel, auch kurz vor dem Wettkampf. Deswegen ändert sich für mich nichts. Außer, dass ich gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern 10 bis 15 Kilo leichter bin und alles noch entspannter ist wahrscheinlich. Als jetzt da mit 135 Kilo zu liegen, zu stehen oder zu sitzen, was auch immer. Jetzt liegen wir nur 135. Ja gut, aber es ist schon ein Unterschied, ob du 135 wiegst oder 100. Eben, das meine ich ja. Also es ist entspannter. Das genießt ja auch eine gewisse Belastung. Du mal sagst, boah, ich habe gerade mir so viel Essen reingeknallt, ich kann jetzt nicht oder ich habe keine Lust und wenn ich halt einfach sage, boah, ich bin so platt von heute. Aber das ist ja Normalzustand auch in der Beziehung. Aber das ändert sich halt nicht kurz vorm Wettkampf, wie gesagt. Nee, das ist ja, man hat einfach Phasen in der Beziehung, wo man immer weniger und wo man immer mehr Lust hat. Aber das hat bei uns eigentlich mit der Diät gar nichts zu tun. So, das war es mit dem Video oder mit dem Fragerunden, besser gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert gerne drunter, lasst ein Like, ein Abo da. Wie gesagt, Glöckchen klicken, Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht auch schon bald wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin.